hallo hallo leute teach what become human geht weiter wir sind jetzt wieder also man springt wahrscheinlich immer von robotern zur roboter geschichte alarm deaktiviert wir sind jetzt wieder der roboter der das paket abgeholt hat lege das paket ab da können wir uns am spiegel betrachten hübscher roboter so haben wir die besorgung gemacht warum muss der roboter überhaupt eine jacke tragen kümmer dich um karl wecke karl im obergeschoss wo ist denn der karl wir sind irgendwie einer mit einem rollstuhl ist der oder so es ist leicht bewölkt 12 grad celsius 80 prozent luftfeuchtigkeit mit hoher regenwahrscheinlichkeit am nachmittag klingt nach einem guten tag um im bett zu bleiben ich habe die bestellte farbe abgeholt ja ganz vergessen das ist der unterschied zwischen dir und mir nicht war marcus du vergisst mir irgendwas zeigen sie mir im armen btk nein danke schön ich bin gerade erst aufgewacht und schon wird es unangenehm menschen sind so schwache maschine sie gehen viel zu schnell kaputt all die mühe und sie zu erhalten da lacht der roboter ich bringe sie jetzt ins badezimmer mehrere tasten gleichzeitig drücken das ist wohl gelähmt oder so das duschen war ihn weiter geht's bringt karl zum ist liegt heute eigentlich irgendwas besonderes an ja die eröffnung ihrer retrospektive im museum für moderne kunst der direktor hat schon vier mal angerufen und möchte wissen ob sie kommen ich habe mich noch nicht entschieden und das werden wir schon gerade wie soll ich runterkommen nur die übliche fernacht ist schon beantwortet sie wie mal irgendwas von leo soll ich ihn für sie anrufen nein nein das gut ist auch unter hallo ich komme gleich wo ich sitzen ich komme äh ja weiter geht da ist die farbe die will er nicht sie liegt im bärenfell oder so ich habe hunger ihr frühstück ist fertig speck und eier so wie sie sie mögen danke mark gern geschehen wo es ist er ist auch noch gar nichts fertig ist aber der speck und eier doch es ist ja kalt ich bin gerade vom einkaufen gekommen ist ja kalt die die Warum suchst du dir nicht was zu tun, während ich frühstücke? Hier ist noch nie Essen auf den Schoß gefallen, sondern wir wenden hier so hin. Dein Gegner werde letzte Nacht, der amerikanische Botschafter auf einer Krisensitzung der beiden Nationen erneut. Suche dir eine Beschäftigung. Spiel Klavier. Lies ein Buch. Nein. Ich will Klavier spielen. Spiele Klavier. Ich will das Andere suchen, hinsetzen. Likonisch, hoffnungsvoll, vertraut, hoffnungsvoll, zack. Boah. Oha, ich muss hier drücken. Ah, ich kann sogar das Tempo bestimmen. Boah, was ist das für ein Klavier für den Zugang? Ich mach jetzt mal Speed. Langsamer. Wie lange kann man denn hier spielen? Na ja. Wie lange kann man denn hier spielen? Wie lange kann man denn hier spielen? Haben Sie sich aufgehört? Dein Klavier Spiel hat sich verändert. Wieso? Manchmal glaube ich, du bist menschlicher als die meisten Menschen. Hm. Kommt alles so menschlich rüber, dass man die ganze Zeit denkt, das ist ein echter Mensch, aber im Grunde ist es einfach nur Metall. Und das ist halt immer die Gefahr dann. Von Robotern. Ähm, ja. Wie kommen wir denn da hin? Ist das hier das Studio? Oha. Wo waren wir stehen geblieben? Zieh das Laken weg. Wie krass ist das denn, Alter? Er malt halt solche Riesengemälde mit Hilfe von so einem Stuhl. Wie putzt das Studio? Wie kann man denn die putzen? Aufräumen. Was kann man hier machen? Gar nichts. Ne, hier geht nichts. Hier sind irgendwelche Krickeleien. Die kann man noch aufräumen. Die kann man noch aufräumen. Naja, gut. Legt es von unten mal oben. Also, was hältst du davon, Marcus? Ich sag mal, Iskart gefällt nicht. Ich bin da kein Experte, aber... Es ist nicht ihr bestes Werk. Die Wahrheit ist, dass ich nichts mehr zu sagen habe. Jeder Tag, der vergeht, bringt mich näher an mein Ende. Ich bin ein alter Mann, der sich an den Pinsel klammert. Jetzt male ich den zweiten Picasso. Finde ein Motiv zu malen. Ne, ich will das nicht nachmalen. Tisch malen, Statue malen. Klar, dass ich Karl nicht malen kann, aber ich kann nicht weiter nach links. Ich mach mal den Tisch. Oh Gott. Eine perfekte Kopie. Ist klar. Ja, es ist halt ein Roboter. Der Realität. Doch beim Malen geht es nicht um das Kopieren der Welt. Es geht um Interpretation, Verbesserungen. Deine eigenen Sichtweisen. Karl, ich glaube, das kann ich nicht. Das steht nicht in meinem Programm. Na los, mach schon. Geh an die Leinwand. Probiert mir jetzt was menschliches beizubringen. Du mir an jeden Fall. Schließ die Augen. Schließ die Augen. Vertrau mir. Stell dir etwas vor, das nicht existiert. Etwas Unbekanntes. Jetzt konzentrier dich auf das, was du jetzt fühlst und führe deine Hand unbefangen über die Leinwand. Androiden, Menschheit, Identität. Ich mal mal Identität. Androiden, Verzweiflung, Gefangener. Ich bin ein gefangener Roboter. Jetzt muss ich hier malen, den Weltmeister. Aber umso menschlicher so ein Roboter wird, da hat man am Anfang des Spiels gesehen, wie er halt dieses kleine Mädchen umbringen wollte oder den Vater umgebracht hat, weil er halt ersetzt werden sollte. Und weil er die Tochter geliebt hat. Und dann kann der Maschine halt, ja, zu etwas Bösem werden. Oha. Karl und ich. Oh mein Gott. Oh, wie ist das denn? Hey, Dad. Oh, der ist Ryo. Habt dich nicht kommen hören. Ah, ich war in der Gegend. Dachte, ich schau mal rein. Wohl auch Zeit, nicht? Geht es dir gut? Du siehst nicht so aus. Oh ja, ja, alles klar. Hör mal, äh, ich brauch Kohle, Dad. Schon wieder? Was ist denn mit dem Geld von neulich passiert? Äh, naja, es ist halt weg, weißt du? Ja, du bist wieder drauf, nicht wahr? Nein. Nein, 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 das ist es echt nicht. Ja, lüg mich nicht an, lieber. Was macht das für einen Unterschied? Ich brauche Geld, das ist alles. Hm, tut mir leid. Hm, tut mir leid. Die Antwort ist nein. Was? Warum? Du weißt warum. Ja, ja, ich weiß warum. Ha, ha, dir liegt mehr an deinem, äh, Plastikspielzeug als in deinem Sohn, hä? Sag schon, Dad, was macht ihn besser als mich? Ist er klüger? Oder erfolgsamer? Nicht so wie ich, hä? Aber weißt du was? Das Ding ist nicht dein Sohn. Nur eine scheiß Maschine! Leo, das reicht jetzt, du. Es reicht! Dir liegt nur was an dir selbst und deinen scheiß Bildern. Du hast nie jemanden geliebt. Du hast mich nie geliebt, Dad. Du hast mich nie geliebt. Hm. Es ist ein bisschen leise. Kann aber auch nur. Tja. So, das war jetzt wieder was. Zack, zack, zack. Ein paar Sachen gemacht, ein paar Sachen nicht. Leo ist eingedrungen, um Geld zu bitten. So, wer sind wir jetzt? Ah, jetzt sind wir wieder der von Anfang. Dieser Vermittler. Dieser Polizist sozusagen. No Androids allowed. Also, keine Androiden dürfen da rein. Aber anscheinend gehen wir einfach mal rein. Findet Lieutenant Anderson. Findet Lieutenant Anderson. Scanne die Gesichter. Oha. Jimmy Peterson vorstrafen, keine. Edward Dempsey. Die anderen Gesichter gehen gerade nicht. Er könnte es sein. Negativ, Derek Myers. Ich dachte, Androiden dürfen hier nicht rein. Tja, ich schon anscheinend. Auch nicht. Dann gibt es ja nur die beiden hier. Was ist der Problem? Dann gibt es ja nur die beiden hier. Great Christopher. Arbeitslos. Alkohol, Drogen am Steuer. Dann kann es ja nur er sein. Oder er. Negativ. Dennis Ward. Auch nicht. Auch nicht. Auch nicht. Da muss es ja der im Tresen sein. Aber ich kann die nicht scannen. Wer so komisch sitzt. Ah, jetzt. Lieutenant Anderson Hank. Polizeileutnant. Hat sich aber verändert von dem Foto. Stell dich vor, sprechen. Lieutenant Anderson. Mein Name ist Connor. Ich bin der Android von Cyberlife. Ich war auf ihrem Revier, aber niemand wusste, wo sie sind. Es hieß, dass sie vermutlich irgendwo etwas trinken. Ich hatte Glück, es ist erst die fünfte Bar. Was willst du? Ihnen wurde heute Abend ein Fall zugeteilt. Tötungsdelikt. Verdächtiger als Cyberlife-Android. Das Unternehmen hat für diesen Fall ein spezialisiertes Modell zur Unterstützung der Ermittler abgestellt. Na, ich brauche keine Unterstützung. Ach, guck mal, der hat die Stimme... Von der Mumie, von dem Schauspieler, geil. Das ist ja cool. Die Stimme ist cool. Argumentieren, bedrohen. Äh, erst mal behaaren. Verzeihung, Lieutenant. Ich muss darauf bestehen. Meine Anweisungen verlangen, dass ich sie begleite. Weißt du, wo du dir die Anweisungen hinstecken kannst? Das ist cool mit der Stimme. Nein. Ich mag die Stimme. Wohin? In den Arrrrrr-Roboter. Oh Gott. Verständnisvoll. Ich weiß, dass sich einige Menschen in Anwesenheit von Androiden unwohl fühlen. Aber ich... Aber ich fühle mich absolut wohl. Jetzt hau ab, bevor ich dich zerquetsche wie eine Bierdose. Seinen Drink verschütten. Ihm noch einen Drink holen. Entschuldigen Sie, Lieutenant. Ah, scheiße, ich hab zu spät gedrückt. Ich wollte Sie nicht stören. Jetzt hab ich... Ich warte draußen. Ich warte draußen auf Sie. Ah. Lassen Sie sich Zeit. Ich hab zu spät gedrückt. Ich wollte eigentlich seinen Drink verschütten. Und so hattest du Tötungsdelikt. Vielleicht war das gar nicht so schlecht, die Variante. Also das ist cool gemacht, das Spiel. Verschiedene Roboter, die du da machst. Und halt so das Leben ein bisschen durchgehst. Ja, so sehr gut. Ja. Du wartest hier. Dauert nicht lang. Geduldig entschieden. Keine Chance. Ich komme mit Ihnen. Ja. Hör zu. Du musst echt aufhören, mich zu nerven. Sonst kann es sein, dass dir morgen ein paar Teile fehlen. Gegensätzlich, wie viele Prioritäten sind. Wir gehen trotzdem mit. Joss Darkness für Kanal 16. Können Sie bestätigen, dass das Mord war? Ich bestätige hier gar nichts. Das wissen wir doch jetzt an die, Junge. Aber Sebastian, ich möchte nicht einmal, dass der jemand... Typisch, die PD. Sie sagen, eine gar nichts. Hier ist sogar so eine... Androiden haben hier keinen Zutritt. Der gehört zu mir. Naja, wenigstens zieht er mich mit. Du sagst nichts, du fasst nichts an und du stehst mir nicht den Weg. Kapiert? Verstanden. Guten Abend, Hank. Wir dachten schon, du taust nicht mehr auf. Ja, das war der Plan, bis dieses Arschloch aufgetaucht ist. So, du hast jetzt einen Androiden, hm? Oh, sehr witzig. Sag mir einfach, was ist passiert? Gegen acht hat er Vermieter anruft. Sein Mieter war mit den Zahlungen im Rückstand. Er dachte, er sieht mal nach, was los ist. Und da fand er die Leiche. Wir sind direkt mal hier am Scannen. Draußen sind aber noch nichts. Oh, Himmel, dieser Gestank. War noch schlimmer mit geschlossenen Fenstern. Eieieieiei. Das Opfer heißt Carlos Ortiz. Was für ein Messie. Alter, oh, tausend Hinweise. Hört ihr das Briefing an? Er ist vorbestraft wegen Diebstahl und schwerer Körperverletzung. So. Seine Nachbarn zufolge war er ein Einzelgänger. Blieb. Was ist das denn? Red Eyes. Meistens in der Wohnung, ist sich nur selten blicken. Puh, fang mal. Bei dem Zustand hätte man nicht alle mitten in der Nacht zusammentrommeln müssen. Morgen früh hätte er auch gereicht. Wieso kann ich das jetzt nicht? Ich schätze, er liegt schon knapp drei Wochen da. Der Rechtsmediziner wird das klären. Drei Wochen. Da drüben liegt ein Küchenmesser. Analyseieren. Keine Fingerabdrücke. Android beteiligt. Vermutlich die Mordmacht. Muss nicht unbedingt sein. Anzeichen für einen Einbruch. Das ist eine Krube. Nein. Wie, er leckt das oder nicht? Den ist Carlos Ortiz. Alter, der Krube. Der Vermieter sagt, die Tür war von innen fest verschlossen. Alle Fenster waren verrammelt. Das ist cool gemacht. Der Killer muss hinten raus sein. Was wissen wir über seinen Androiden? Nicht viel. Getrocknetes Blut? Auch Carlos. Die Nachbarn wissen, dass er einen hatte. Aber er ist nicht hier gewesen. Tja, wo ist der Android? Nein, brauch mal frische Luft. Fühl dich wie zu Hause. Ich bin draußen, wenn du mich brauchst. Bordell. Oder irgendwie so ein Puffding. Keine Ahnung. Äh, da hinten haben wir noch. Weißstücke. CSI. Warte mal, was muss ich das nehmen? Blut auch an der Tür. Fingerabdrücke. Auch er. Zeichen eines Kampfs. Ah, hier ist ganz schön was umgekippt. Baseballschläger auch noch. Jo-boi. Wieder Fingerabdrücke. Wieder Carlos. Beule. Wir sind auf ihn. Einer hat da eingeschlagen. Wir rekonstruieren das. Hä? Wir schlagen und kriegen dann was ab. Wie kann ich das denn jetzt nochmal? Ah. Ah, abweichender Mann nahm ein Messer. Jetzt müssen wir weiter gucken. Also, der Typ war da. Eveline schlägt einmal, schlägt zweimal, schlägt dreimal. Dann nimmt er das Messer und sticht zu. Okay. Abweicher wurde angegriffen. Emotionaler Schock. Bam. Bam. Zack. Zack. Okay. Da ist noch ein Beweis. Also, dass wir das sehen. Muss man rausgucken. Muss man auch rausgucken. Sex mit Androiden ist besser. Sorry, Ladies, aber es geht nichts über Plastik. Ich will nie die Androiden jetzt hier aus. Na gut, der kann man da nur lesen. Das bräuchte ich jetzt nicht direkt. Hier haben wir alle Beweisstücke. Da ist noch was. Die Buchstaben sind perfekt. Viel zu sauber, kein Mensch mehr zu schreiben. Oh. Was ist das denn? Zwanghaftes Schreiben. Was ist der denn da? Ich will die Käse Opfer... Kabel... Tja, aber hat er auf den Androiden zugeschlagen, oder was? Okay. Acht von zehn Beweisstücke. Chris, ist das nur das Blut des Opfers? Ja, ich denke... Ich denke schon. Wir nehmen Proben für die Analyse. Da unten ist noch irgendwas. Jetzt kann ich das nicht. Ah. Wieder Blut vom... Alter, überall ist hier Blut. Da hinten ist noch was. Wird erledigt, Lieutenant. Der Schrank. Schrank öffnen. Noch Müll. Hey Mike, bist du fertig mit dem Proben? Ja. Das war's. Jetzt gucken wir hier nochmal. Ich kann auch noch eine Tür öffnen. Ob wir irgendwie Fußspuren sehen von wem? Ah, siehst du. Modellkaren, 32 DPD. Siehst du, das ist von einem Androiden. Die Tür war von hinten verschlossen. Der Killer muss hier raus sein. Es gibt keine Fußspuren, außer die von Officer Collins, Schuhgröße 10. Das ist verworren passiert. Das heißt, die Spuren könnten weg sein. Nein. Auf diesem Boden hätten sich Spuren gehalten. Für St. Collins. Hier draußen war schon sehr lange keiner mehr. Abweichle nicht auf diesem Weg. Also ist er vielleicht noch da. Untersuche das Opfer. Ähm, was hat er liegt da? Ach du Scheiße. Sieht ein bisschen aus wie ich. Ähm, analysieren wir mal. Erstmal hier am Auge. Was hat er denn da? Verstorben. Na gut. Red Ice hat er am Mund oder Nase da? Keine Ahnung. Das ist die Droge. Das ist auch erst mal schon. Ne, dann hier die Schnittverletzung. Ja, Messerstiche. 28 Messerstiche. Was hat er denn da noch? Was in der Hand? Fingerabdruck über Überstimmung. Ja, soll sein. Ne. Sind wir so Figur. Ah, wir kommen wieder rekonstruieren. Wer da. Wer da irgendwie. Warte, das ist wieder. Opfer stürzt ihr hier? Shit. Ah, okay. Da. Also er hat da die ganzen Messerstiche tausendmal bekommen. Und das hier dann so hin und her. Und er sticht tausendmal auf ihn ein. Achso, da hinten gibt es noch was zu analysieren. Wieso geht das nicht? Hä? Achso, ich muss hier um die Ecke gucken. Sie kamen aus der Küche. Ja. So, und er ist tausendmal auf ihn drauf. Du, 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 du. Gut. Er hat Stichwunden. 28 Stück. Ja. Der Killer hat es echt auf ihn. Abgesehen. Das können wir jetzt noch untersuchen. I am alive. Normale Buchstaben. Cyberlife Sands. I am alive. Er hat das geschickt. Was muss ich jetzt machen? Verstattet L. Anderson Bericht. Lieutenant. Ich glaube, ich weiß, was passiert ist. Ach ja? Hm. Los. Ich bin ganz ohr. Alles begann. Äh, in der Küche. In der Küche. Ach Gott, jetzt muss ich das nur... Vielleicht auch im Badezimmer, wirklich statisch. Hier gibt es eindeutige Kampfspuren. Die Frage ist nur, was genau hier passiert ist. Das Opfer griff den Androiden an. Mit dem Schläger, ja. Das haben wir ja gesehen. Mit dem Schläger. Wo sie sich das richtig auswählen. Das passt zu den Beweisen. Weitermachen. Der Androiden hat sich da mit dem Messer, aber hat er dann so oft zugestoppt? Nur weil er ihn vielleicht schlecht behandelt hat. Der Androiden war für die Schuld, der Androiden stach auf das Opfer ein. Der Androiden stach auf das Opfer ein. Würde ich jetzt mal so sagen. Dann hat der Androiden also versucht, sich zu verteidigen, ja. Und was geschah dann? Das Opfer floh dann. Ins Wohnzimmer. Ins Wohnzimmer. Der Androiden hinterher und singt aus dem Mal links, oder was? Warum? Warum hat der Androiden dann nicht aufgehört, als er sich verteidigt hat? Vielleicht war es doch nicht der Androiden. Und er wollte dem Androiden entkommen. Das macht irgendwie Sinn. Der Androiden tötet das Opfer. Mit dem Messer. Mit dem Messer. Okay. Deine Geschichte ist nicht fällig. Aber sie sagt uns nicht, wo der Androiden hin ist. Der Schläger beschädigte ihn. Und er verlor Therium. Er verlor was? Therium. Sie nennen es Blaues Blut. Die Antriebsflüssigkeit für Androiden-Biokomponenten. Sie verflüchtigt sich nach ein paar Stunden und ist dann für das Auge unsichtbar. Aber ich wette, du kannst es noch sehen, oder? Korrekt. Ich finde den Abweichersuch nach dem Spüren. Es kann echt sein, dass er noch hier ist. Da unten sind die Spuren. Ah, sie gehen ins Bad. So, der hat sich hier irgendwo versteckt. Scheiße, der hat sich da drin versteckt, Alter. Warte, erstmal untersuchen wir das. Leiter wurde benutzt. Ah, der ist dann nach oben gegangen. Vielleicht. Warte, wir öffnen jetzt mal den. Boah, mein Erz. Er dachte, dahinter wäre er. Nee, er ist nicht nach oben mit der Leite gegangen. Hm. Ich finde etwas zum Klettern. Hallo. Ach so, die Leiter ist weg. Hier sind nur die Spuren von der Leiter. Das hat er gerade drin. Ich brauche was zum Klettern. Ja, einen Stuhl. Jetzt wird es gleich spannend. Was hast du mit dem Stuhl vor? Ich will etwas überprüfen. So. Ah, ja. Dann überprüfe mal schön. Ich habe jetzt so Angst, dass wir jetzt zum Kampf kommen, Alter. Er ist da oben noch, Alter. Scheiße. Ich hätte hierhin gewusst, was ist, wenn ich jetzt falsch gedrückt hätte bei diesem Kombinieren. Oder man, es gibt halt mehrere Wege. Wahrscheinlich wären wir da nicht, hätten wir den Killer jetzt nicht gefunden. Vielleicht. Also, es gibt ja tausend Wege. Oh, oh. Nicht gut. Ist er dahinter? Einmal Skin. Da ist das Blut. Ja, ja. Da ist ein blaues Blut. Wer ist hier? Oh, 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 oh. Oh Gott, wie lange ich mich bewegen kann? Stopp! Und wieder weiter. Jetzt wird es richtig spannend. Allein schon die Musik hier. Junge! Das ist der Wobotanil. Das ist nicht der Punkt. Ich drücke mal weiter. Oh, oh, oh. Ich muss mal Lichter machen. Ich bin mal dunkler hier. Da ist er, da ist er, da ist er, da ist er. Ja, aber was soll ich jetzt machen? Geht man reden, oder was? Oh, wie langsam. Ich drücke volle Bulle. Wenn man nicht drückt, macht dann nichts. Da hinten ist er hinter den Kisten. Ich habe da was Rotes gesehen. Wow! Wir haben ihn gefunden. Naja, nur verteidigt hat er sich nicht, ne? Schade, warum kann ich das nicht entscheiden? Warum kann ich das nicht entscheiden, ob ich ihn verrate oder nicht? Schade. Da hätte ich mir jetzt gewünscht, dass ich ihn, dass ich das entscheiden kann. Schade. Ich dachte, ich kann das jetzt entscheiden, weil das so ein freies Spiel ist. Schade. Oh, hier tausend Sachen. Guck, da unten wäre es wahrscheinlich langgegangen. Wir hätten ihn nicht gefunden. Aha, da hätte ich jetzt gerne gehabt, dass ich das entscheiden kann. Und dass dann vielleicht noch was anderes passiert wäre. Also ich hätte, ich hätte ihn auch gemeldet, weil für mich hat er sich nicht nur verteidigt. Er hat tausend mal noch auf ihn eingestochen. Deswegen hätte ich jetzt auch gemacht. Ah, jetzt sind wir wieder in einer anderen hier, bei der, wo halt dieser Typ sehr verzweifelt ist. Wow. Vielleicht ist er jetzt auch mal nett. Nein, er braucht wieder sein Bier. Essen ist fertig. Ja, ja, ich glaube. Was ist das denn? So, ich mache jetzt aber mal einen Cut. Part 2, Leute. Die Trollt bekommen Human. Sehr, 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 sehr. Sehr, sehr gutes. Schönes Spiel. Tak�esso. Okay. Nein. 딷. Na. Na.